Geht es euch gut? Geil! Ey Kula, ich hatte schon echt Angst, weil ich kam halt von der Schweiz angereist. Sozial scheiß Wetter, den ganzen Tag geregnet zum Glück hier. Nicht so schlimm, schön sind natürlich alle da. Habt ihr Bock noch mehr zu hören? Ja! Cool! Ich hab auch noch Bock mehr zu spielen auf jeden Fall. Kennt ihr mein neues Album, Living the Dream? Geht es euch? Nein! Cool! Vielleicht kennt ihr auch einen Song, den ich vor einem Jahr selbst geschrieben hab. Genau, nämlich nur für meine Fans, das ist natürlich auch für alle, die heute hier sind. Hier ist für euch, Closer To You! jazz Dass meinst du Custom Is Young Kind Wenn ihr sagen, müsst ihr Making Me Stronger. Ght es euch nicht vergessen pass! Ght es euch пов Lauchten Love Ght es euch mit deinem activity selbst what. auch Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.